Gegeben sind der Punkt R, 4' minus 2, 4, das heißt wir haben hier einen Punkt im Raum und die Ebenenschar EK mit Kx1 plus Kx2 plus Kx3 ist gleich 14. Wir haben hier also mehrere Ebenen als Ebenenschar, je nachdem was wir für dieses K einsetzen, bekommen wir eben verschiedene Koordinatengleichungen. K ist Element der reellen Zahlen, also wir dürfen hier jede beliebige reelle Zahl einsetzen. Das ist schon Aufgabe B, wie gesagt Aufgabe A habe ich in einem anderen Stream bzw. in einem anderen Video gerechnet. Gegeben sind die Spurpunkte S1, 700, S2, 070 und S3, 0014 einer Ebene E. Also diese drei Ebene legen eine Ebene E fest. Begründen sie, dass die Ebene E eine Ebene der Schar ist. Also wir sollen begründen, dass diese Ebene, die durch diese drei Punkte festgelegt wird, eine Ebene dieser Schar ist. Und wir wissen ja, wir können eine Ebene durch drei Punkte festlegen. Wenn wir nur zwei Punkte hätten, dann würde sie noch wackeln, ja. Sobald wir drei Punkte haben, ist eine Ebene festgelegt, genauso wie ein Tisch mit drei Beinen, der kann nicht mehr wackeln. Mit zwei Beinen kann er wackeln, mit vier Beinen könnte er auch wackeln, der Tisch, wenn ein Bein zu kurz ist. Aber drei Beine legen diese Lage von der Tischplatte dann eindeutig fest. Begründen sie genau, dass Ebene E eine Ebene der Schar ist. Was können wir dazu also machen? Wir überlegen uns zunächst mal, dass ja S1 dann in irgendeiner Ebene enthalten sein muss. Und wir könnten dann mal überlegen, für welches K hier ist S1 in der Ebene enthalten. Und das legt ja dann schon unser K fest und dann schauen wir, ob bei diesem K auch S2 und S3 in der Ebene liegen. Deswegen fangen wir an mit einer Punktprobe, mit dem Punkt S1. Genau, Chat hat hier gerade noch ein paar Tipps. Komme ich später nochmal drauf zurück, nach Mathe. Wir setzen S1 in die Ebene ein. Also wir hätten x1 gleich 7, x2 gleich 0, x3 gleich 0. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin. Wir haben also K mal 7, weil wir die X1-Koordinate hier ja einsetzen, plus K mal 0, das ist die X2-Koordinate, plus 0 ist gleich 14. Und da sehen wir schon direkt, K ist gleich 2. So, einmal kurz husten. So, K ist gleich 2. Also diese Ebene mit 2x1 plus 2x2 plus x3 gleich 14, die enthält diesen Punkt S1. Das ist also unsere Ebene E2. Schreiben wir die mal kurz auf. E2, 2x1 plus 2x2 plus x3 ist gleich 14. Und jetzt können wir schauen, ist dann auch S2-Element dieser Ebene. S2 ist Element von E2. Da, wenn wir jetzt S2 einsetzen, dann hätten wir 2 mal 0, ja. Also x1 ist ja 0. Plus 2 mal 7. Plus 0 ist gleich 14. Das funktioniert. Deswegen, ja. 2 mal 0 plus 2 mal 7 plus 0 ist gleich 14. Und auch S3 ist Element dieser Ebene. Da, da wir hier rechnen können, 2 mal 0 plus 2 mal 0 plus 14 ist gleich 14. Funktioniert also auch. Somit, ja, liegen alle diese drei Punkte S1, S2, S3 in der Ebene E2. Und das ist ja eine Ebene dieser Schar. Deswegen, ja, ist dann eben diese Ebene E die Ebene E2. Das können wir noch hinschreiben. Sieht man es vom Platz? Ja, somit ist E die Ebene E2. Und die gehört zu dieser Schar. Ich schreibe das E vielleicht ein bisschen eckiger. Genau. Nicht, dass man es mit dem Elementzeichen verwechselt. Gut, soweit zur ersten Teilaufgabe. Es geht weiter mit einem Kegel. Betrachtet wird ein gerader Kegel mit der Spitze S3, dessen Grundkreis in der X1, X2-Ebene liegt. Die Punkte S1 und S2 liegen auf dem Grundkreis. Untersuchen Sie, ob der Punkt R innerhalb des Kegels liegt. Ich schreibe nochmal hin, was wir haben. Wir hatten aus dem ersten Teil, hatten wir diese Punkte. 7, 0, 0. S2, das ist 0, 7, 0. S3, 0, 0, 14. Und wir haben einen Punkt R. Der hat die Koordinaten 4, minus 2 und 4. Der war ganz oben auch gegeben. Hier, den haben wir bisher nicht gebraucht. So. Es wird ein gerader Kegel mit der Spitze S3 betrachtet. Also bei 0, 0, 14 ist die Spitze. Wir machen mal eine ganz grobe Skizze hier. Ja, ich mache es jetzt hier ohne Geodreieck, diese Skizze, weil ich das in dem Programm hier nur ganz grob machen kann. Ihr seht ja, das ist stark vereinfacht, das Programm. Die Spitze ist S3, 0, 0, 14. Also 0 nach vorne, 0 nach rechts, 14 nach oben. Sagen wir, irgendwo hier wäre die 14. Dann hätten wir hier eben S3 als Spitze. Achsenbeschriften, nicht vergessen. X1, X2 und X3 haben wir hier. So, also hier haben wir S3 als Spitze. Wir haben einen geraden Kegel, dessen Grundkreis in der X1, X2 Ebene liegt. Also wir haben hier irgendwo den Grundkreis dieses Kegels. Ich versuche ihn auch mal so zu skizzieren. So, haben wir einen Kegel. Ja, jetzt war es ein bisschen schlecht, sehe ich gerade. Wenn das, ähm, oh. Nochmal. So, ich wollte es hier ein bisschen weiterziehen. Wenn es hier auch zwei Kästchen rüber geht, genau. So, okay. Die Punkte S1 und S2 liegen auf dem Grundkreis. Also S1 ist 7, 0, 0. Wäre also hier. S2 ist 0, 7, 0. Also 0 nach vorne, 7 nach rechts und 0 nach oben. S2. Um diesen Kegel geht es also. Und wir sollen untersuchen, ob dieser Punkt r in dem Kegel liegt, innerhalb oder außerhalb des Kegels. Schauen wir uns zunächst mal an, ähm, die, ja, diese Koordinate, zum Beispiel 4 nach vorne, könnte noch passen. Ja, hier sind wir ja 7 nach vorne gegangen, ähm, bei S1. Also 4 könnte noch innerhalb des Kegels sein. Die zweite Koordinate, minus 2 nach rechts. Also hier könnten wir uns auch noch innerhalb des Kegels befinden. Und 4 nach oben ist auch nicht zu viel nach oben. Hier sind wir ja bei 14 hier oben. Also wir sind irgendwo hier bei 4 nach vorne, minus 2 nach rechts, 4 nach oben. Die Frage ist, sind wir hier im Kegel, ich mach's mal so, sind wir hier innerhalb des Kegels oder liegt das r hier irgendwo außerhalb des Kegels. Ja, aber grob würden die Koordinaten passen, dass wir zumindest jetzt nicht ganz woanders sind. Und wir sollen jetzt überlegen, ja, ob das, ob das r hier drin, äh, liegt. Was, äh, haben wir uns schon überlegt? Wir haben hier in der Mitte den Grundkreis Mittelpunkt, ja, beim Ursprung. Den schreibe ich nochmal kurz auf. O, wie Origin, bei 0, Strich 0, Strich 0 ist der. Dann haben wir den Radius des Grundkreises. Der ist wie groß, haben wir hier gesehen, wir gehen zum Beispiel 7 nach vorne. Dann sind wir hier am Rand des Kreises oder 7 nach rechts. Also haben wir einen Radius von r gleich 7. Äh, wir haben hier keine Einheiten, ich schreibe mal le dazu. Für Längeneinheiten steht hier nirgends, dass das in Zentimetern oder so ist. Und was ist jetzt unsere Idee, um zu prüfen, ob r in diesem Kreis ist oder nicht? Wir legen eine Gerade, ich mache mal eine neue Farbe hier, was nehmen wir? Durch S3 und durch r, ja, legen hier so eine Gerade durch und schauen jetzt, kommt diese Gerade bei der x1, x2 Ebene außerhalb des Grundkreises an oder sind wir hier noch innerhalb des Grundkreises? Also wir können ja hier, äh, schauen später, ob dieser Schnittpunkt mit der x1, x2 Ebene den Abstand von mehr als 7 oder weniger als 7 hier vom Ursprung hat. Wenn der Abstand mehr als 7 hätte, also wenn r hier draußen liegt, ja, dann kommen wir hier irgendwo an und haben den Abstand größer als 7, dann liegt r nicht mehr im Kegel. Wenn der Abstand hier kleiner als 7 ist, liegt r im Kegel. Das ist unsere grobe Idee, die wir hier, ähm, ja, machen wollen. Müssen wir das auch schreiben? Nö, also wir legen eine Gerade durch, äh, S3 und durch r und schauen, ob sie die x1, x2 Ebene innerhalb des Grundkreises schneidet oder eben nicht. Wenn du da im Abi sitzt und die Zeit reicht nicht mehr, dann schreib zumindest deinen kurzen Plan auf, was du hier machen wolltest, ähm, oder wenn du selbst so ein bisschen gerade unsicher bist, ja, schreib dir deinen Plan ruhig aus auf kleine Zwischenüberschriften. Und wir probieren mal, diese Geradengleichung aufzustellen. Ich nenne sie mal h. So, wir brauchen einen Stützvektor, da nehmen wir doch gerade S3, ja, also 0, 0, 14 sind die Koordinaten und dann brauchen wir doch den Richtungsvektor, kommen wir gleich dazu, also Stützvektor 0, 0, 14, Richtungsvektor, ähm, ja, nehmen wir S3 zu r oder umgekehrt, dann hätten wir hier einfach die Differenzen, also 4, minus 2 und zwischen 4 und 14, also schauen wir mal kurz, 4, äh, minus 2, ja, wenn ich 0, äh, wenn ich minus 2, minus 0 rechne und wenn ich 4, minus 14 rechne, komme ich auf minus 10. Wenn die Vorzeichen hier andersrum sind, ist auch nicht schlimm, ja, der Richtungsvektor kann ja auch quasi in die entgegengesetzte Richtung zeigen und unser t ist Element der reellen Zahlen, das war hier der Parameter, ich habe ihn t genannt. So, diese Gerade enthält also S und R, die geht durch S, äh, 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 S3 müssen wir genauer gesagt sagen, also, die schreiben wir noch hin, H enthält S3 und R. Ja, so, wir wollten uns überlegen, wo diese Gerade, die x1, x2 Ebene schneidet, das ist unsere nächste Aufgabe. So, x1, x2 Ebene bedeutet, x3 ist gleich 0, ja, also die x1, x2 Ebene, die Punkte, die hier drin liegen in der x1, x2 Ebene, haben wir immer eine x1 Koordinate von irgendwas, kann auch 0 sein, ja, x2 Koordinate von irgendwas, könnte auch 0 sein, aber die x3 Koordinate ist immer 0, weil wir uns hier nicht nach oben oder unten aus der Ebene raus bewegen. Deswegen ist die x3 Koordinate hier 0 von diesen Punkten und das heißt dann insbesondere hier unsere, äh, dritte Koordinate, also 14 plus t mal minus 10, die muss 0 ergeben. 14 plus t mal minus 10, die soll, ich schreibe es mit einem Ausrufezeichen, die soll 0 ergeben. Ähm, ja, fassen wir es zusammen, wir machen minus 14, dann haben wir hier minus 10 t ist gleich minus 14 und dann noch durch minus 10, dann haben wir t ist gleich minus 14 durch minus 10 oder 14 durch 10, ja, minus durch minus ist plus, ist gleich 7 Fünftel. Diese 7 Fünftel setzen wir hier ein für t und dann bekommen wir die x1 und x2 Koordinaten von diesem Punkt raus. So, ne, bleiben wir bei weiß einsetzen. In h, so hieß ja unsere Gerade, ergibt dann, können wir oben abschauen, 0,014 plus 7 Fünftel mal 4 minus 2, 10, also 0,014 plus 7 Fünftel mal 4 minus 2, äh, minus 10, genau. Und ich habe es schon mal ausgerechnet, da kommt dann 5,6 minus 2,8 und 0 raus, ja. Haben wir ja gerade so angelegt, dass hier 0 rauskommen muss. Das sind noch keine Punktkoordinaten, ja, hier steht ein Vektor, wir schreiben es noch als Punkt auf. Schnittpunkt mit x1, x2 Ebene. P 5,6 Strich minus 2,8 Strich 0. Das ist also der Schnittpunkt. Und jetzt möchten wir schauen, diesen Schnittpunkt, ja, P haben wir ihn genannt, oh, den haben wir gerade rausgefunden. Und wir möchten schauen, liegt dieser Punkt mehr als 7 Einheiten oder weniger als 7 Einheiten vom Ursprung entfernt. Wir wollen also die Länge der Strecke P, O oder O, P ausrechnen. So, wie schreibst du das auf? Wir könnten das als Vektor schreiben, op, und von diesem Vektor möchten wir den Betrag ausrechnen. Der Vektor op hat ja gerade die Koordinaten 5,6 minus 2,8 und 0, also können wir das ausrechnen wie der Satz des Pythagoras, zweimal angewandt. Wurzel von 5,6 im Quadrat plus 2,8 im Quadrat, ja, das Minus fällt eh weg, plus 0 im Quadrat, brauchen wir gar nicht hinschreiben, also Wurzel von 5,6 im Quadrat plus 2,8 im Quadrat und da kommt dann ungefähr 6,26 raus und was bedeutet das? Unser Radius hier, haben wir uns ja überlegt, war 7 Einheiten, 7 Längeneinheiten, wir sind nur 6, irgendwas Längeneinheiten vom Ursprung entfernt, also liegt Punkt P hier drin und damit auch Punkt R innerhalb des Kegels, das wollten wir rausfinden. Also das ist auf jeden Fall kleiner als unser Radius, der war 7 und ja, damit können wir schlussfolgern, R liegt innerhalb des Kegels. So, wir haben nur noch, ja, eine kleine letzte Aufgabe für diesen Wahlteil Geometrie, dann wird das morgen mit Stochastik weitergehen. Ich blende sie mal ein. Bestimmen Sie eine Gleichung der Ebene, die den Kegel in der Strecke S1, S3 berührt. Da brauchen wir nochmal eine Skizze. Also wir hatten nach vorne die X1-Achse, nach rechts die X2-Achse, nach oben die X3-Achse. Wir hatten hier irgendwo unseren S3, wir hatten unseren Kegel mit dem Grundkreis hier. Dann hatten wir hier vorne, ja, die mache ich jetzt mal in orange die wichtigen, also S3 hatten wir hier oben, S1 war hier vorne und S2 war hier rechts. Und wenn wir von S1 nach S3 eine Strecke jetzt machen, also hier auf diesem Kegel quasi eine Strecke und eine Ebene wollen, die den Kegel in dieser Strecke berührt, dann bedeutet das, ja, wir wollen hier so eine Ebene haben, zeichnen Sie mal so, die den Kegel in dieser Strecke berührt, ja, sie schneidet ihn nicht, sie berührt ihn gerade so in dieser Strecke. Diese Ebene, ich nenne sie mal F, geht natürlich nun endlich in alle Richtungen weiter, die ist gesucht. Wir wissen, S1 und S3 sind Element dieser Ebene, F. Wir wissen, F ist parallel hier zur X2-Achse, ja, sehen wir hier, also wenn wir hier diese Strecke hier anschauen, die ist parallel zur X2-Achse. Also die Ebene selbst ist parallel zur X2-Achse, das benutzen wir gleich. Ich schreibe es mal kurz auf. Und ja, wenn wir eine Gleichung aufstellen wollen, schauen wir uns später diesen normalen Vektor, der senkrecht zur Ebene oder der orthogonal zur Ebene steht, an. Also ihr könnt es euch vorstellen, der kommt hier so nach vorne aus dem Bild raus. Und der ist ja insbesondere orthogonal zu S1-S3. Also wenn ich das als Vektor schreibe, schreibe es mal sauber auf. Der Vektor N ist orthogonal zu S1-S3. Wenn ich diesen Vektor habe, dann habe ich die Ebenengleichung schon fast, ja, wenn wir sie als Koordinatengleichung anlegen, dann brauche ich noch einen Punkt. Wir haben ja zwei Punkte. Wir brauchen hier aber noch einen zweiten Vektor, zu dem dieser Vektor N orthogonal ist. Und da wir wissen, dass die ganze Ebene hier parallel zur X2-Achse ist, könnten wir auch sagen, der Vektor ist natürlich, also wir können den ja beliebig verschieben, an irgendwo hinsetzen, wenn ich den jetzt hier hinsetzen würde. Also diese Pfeile sind ja nur Repräsentanten dieses Vektors. Der Vektor selbst ist die Verschiebung. Pfeile hier repräsentieren den nur. Dann wäre der auch orthogonal zu einem Vektor hier auf der X2, der entlang der X2-Achse verschieben würde. Und da könnten wir uns einen basteln. Ja, wie müssen wir verschieben, damit wir in diese Richtung gehen? Zum Beispiel 0, 1, 0. Ja, 0 nach vorne, 1 nach rechts, 0 nach oben. Also hätten wir jetzt zwei Vektoren, zu denen dieser normalen Vektor orthogonal ist. Und aus diesen zwei Vektoren können wir dann einen normalen Vektor berechnen, indem wir eben das Kreuzprodukt bilden. S1, S3 haben wir noch gar nicht ausgerechnet, das müssen wir uns noch kurz überlegen. Also S1, S3, dieser Vektor hier ist, ja, ich habe ihn mal hingeschrieben, minus 7, 0, 14. Kannst du dir nochmal genau überlegen, wenn du dir die Koordinaten von S1 und S3 anschaust, hatten wir ja oben. Also minus 7, 0, 14. Und N ist dann eben das Kreuzprodukt aus minus 7, 0, 14 und 0, 1, 0. Also Vektor N ist gleich minus 7, 0, 14. Kreuz 0, 1, 0. Und ja, wie funktioniert das nochmal mit dem Kreuzprodukt? Entweder man hat es sich auswendig gemerkt oder man macht es mit diesem doppelten untereinander schreiben. Also minus 7, 0, 14, minus 7, 0, 14 und 0, 1, 0, 0, 1, 0. Dann die erste und die letzte Zeile streichen. Und bei den anderen machen wir die Kreuze hin. So, und dann haben wir 0 mal 0, minus 14 mal 1 ist minus 14. 14 mal 0, minus 7 mal 0. Moment. Ja, genau. 14 mal 0, minus minus 7 mal 0 ist 0. Und minus 7 mal 1 ist 7, minus 0 mal 0. Minus 7 mal 1. Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Ne, genau. Da habe ich minus 7. Ja. Okay. Habe gerade gedacht, in meiner Vorlage ist was anderes. Wir haben also hier einen normalen Vektor, minus 14, 0 und minus 7. Und dann können wir schon mal unsere Ebenengleichung fast fertig aufstellen. Also minus 14, x1, minus 7, ja, plus 0, x2 und dann eben minus 7, x3 ist gleich. Das ist, also x2 können wir ja weglassen. Und wir wissen noch nicht, was hier reinkommt, aber wir wissen, ja, s3 ist zum Beispiel 0, 0, 14. Also wenn wir den einsetzen, also 0 für x1 und 14 für x3, dann hätten wir minus 7 mal 14. Und das ist minus 98. Ja, und das wäre eine Koordinatengleichung dieser Ebene. Wir könnten die auch noch durch minus 7 teilen, ja, all diese Zahlen gehen durch minus 7. Dann hätten wir hier 2x1, äh, minus, ne, plus x3 ist gleich 14. Das wäre eine äquivalente Ebenengleichung, die würde auch funktionieren. Und damit hätten wir diese letzte Aufgabe im Wahlteil Geometrie gelöst. Das wäre eine Gleichung der Ebene, die den Kegel in der Strecke S1, S3 berührt.